Ja moin und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 Video. Heute möchte ich euch ganz kurz und knapp einen kleinen Showcase über die neue Legende Vantage in Season 14 geben. Finisher, legendäre Skins, Posen, Banner und die Emotes. Das soll es dazu gewesen sein. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vor allen Dingen, was sagt ihr zur neuen Legende? Habt ihr sie schon ausgiebig testen können? Ich finde sie auf jeden Fall mega geil. Bin auf eure Meinung gespannt. Das war es von mir. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020